Ja, hier ist er wieder, euer BurgerCut. Ich bin aktuell gerade nach Hause gekommen von der Veranstaltung Stahl auf der Heide 2015 im Deutschen Panzermuseum Munster. Das war jetzt hier genau am 6.9. und ich war da. Es hat fürchterlich teilweise geregnet zwischendurch. Ich war nass bis auf die Knochen. Aber Gott sei Dank, der kluge Mensch denkt ja ein bisschen voraus. Ich hatte Wechselklamotten mit. Also einmal trocken gelegt, dann ging das und dann war die Wiese grün, sag ich mal, sprich die Veranstaltung wunderschön. Ich hatte meinen Spaß und ja, ich war natürlich auch bei Wargaming an ihrem Truck und habe mit denen gesprochen und gesagt, könnt ihr mir mal ein, zwei Codes mehr geben als die normalen Besucher hier. Ich würde sie gerne in irgendeiner Form verlosen oder wie auch immer an meinen Abonnenten weitergeben. Wir haben gesagt, was für deine Abonnenten? Natürlich, komm hier. Und dann habe ich da insgesamt vier Bonus Codes bekommen. Zweimal einen Chinookai und zwei B2-740F-Panzer. Also, alle Bonus Codes, die ich bekommen habe, in der Form, werde ich an euch weitergeben. In irgendeiner Form, wie genau. Ich habe da schon was im Kopf, werde ich gleich noch grob was zu sagen. Und dann gab es da noch zwei T-Shirts. Stahl auf der Heide 2015. Limitierte Auflage, also die wird nicht mehr zu kaufen sein. Also, wie gesagt, zwei limitierte T-Shirts. Und ich habe mir so auf dem Nachhauseweg grob überlegt, da mache ich am besten zweimal eine Veranstaltung. Verlosung, Gewinnspiel, sowas in der Richtung mit, gewinnt fahren mit BurgerCut, gewinnt vielleicht ein T-Shirt oder gewinnt vielleicht ein Bonus Codes. Hier, wie genau das vonstatten läuft, welchen Tag und was ich da genau beabsichtige. Ja, das werde ich euch nächsten Sonntag kundtun. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie genau. Aber ich dachte mir, am besten mache ich da zwei Sachen von. Dann haben mehr Leute die Chance, mal mit dem BurgerCut zu spielen, zu fahren oder auch zu gewinnen. Gut, es sind jetzt nur vier Bonus Codes, die ich hier habe, aber das sind Bonus Codes für Leute, die schon einen Account besitzen. Soweit ich das jetzt hier rauslese und verstanden habe. Und die gebe ich gerne an euch weiter, weil den Chinookai besitze ich selber schon. Den B2740F habe ich auch schon. Natürlich könnte der ein oder andere sagen, ja löst die trotzdem ein, kriegst ja das Gold für BurgerCut. Nein, da kommt es mir jetzt nicht drauf an, ein bisschen Gold haben oder nicht haben. Im Gegenwert der Bonus Codes. Die Bonus Codes erhalte ich nicht für mich, die kriegt ihr definitiv. Und die zwei T-Shirts kriegt ihr auch. Wie genau das laufen wird, ich mache mir da jetzt noch die Woche über Gedanken und nächsten Sonntag sage ich da was genaueres zu. Ich wollte es nur schnell euch sagen, dass ihr euch vielleicht nächsten Sonntag darauf freuen könnt, euch vielleicht Gedanken macht, ob ihr Interesse habt, mal mit dem BurgerCut Zug zu fahren. Und damit möchte ich mich schon verabschieden. Tschüss, euer BurgerCut. Tschüss, euer BurgerCut.